Der Leon macht Showtanz. Soweit man der RTL-Homepage glauben kann, sollte das Contemporary sein. Ja, zu Mark Forsters, wir sind groß und ich muss sagen, naja, sowas gibt's nicht oft. Besonders toll, interessant war es eigentlich nicht, eher langweilig. Ja, relativ kleiner Junge, jugendlicher Kind oder was auch immer. Ja, ist immer so, das ist so ein bisschen so, weil gerade Let's Dance gut funktioniert, hat man jetzt eigentlich Let's Dance auch beim Supertalent mit drin und würde mich nicht wundern, wenn es noch mehr solche Sachen kommen, aber naja, ja, es ist einfach langweilig.